Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge Miro 3. Diesmal kann ich Jonas nicht töten, weil er leider mehr im Team ist. Alexandro geht auch noch rein, alles klar. Er schafft das vielleicht sogar noch. Nach ein paar Schwierigkeiten. Wir wollten eigentlich fast vor einer Stunde anfangen und irgendwie... Echt? Von der Stimme? Ja. Oh fuck. Sollen wir die jetzt klatschen? Nein, wir gehen nach hinten und springen doch runter. Alles klar, wir machen Selbstmord, okay? Alles klar, du machst es kaputt, ne? Wahrscheinlich kriegen wir keinen Fallschladen hier. Ich höre hier zu gelacht zu tun. Du hast hier neben uns zwei Leute, die beiden. Kommen die zu uns? Ich weiß nicht ganz. Sie sind ziemlich nah bei uns auf jeden Fall. Ich hab ne Werkbank, ich hab ne Werkbank. Ja, du auch, okay. Hier, hier kommen die Typen. Der hat schon ein Holzschwert, der hat schon ein Holzschwert. Nein! Ich will nicht sterben. Ich weiß nicht, ob er mich noch verfolgt. Ich weiß das aber nicht. Ich will auch nicht F5 drücken. Der verfolgt mich nicht. Gut, alles klar. Junge, mein Zittern! Du hast 180er Puls, sagst du? Auf jeden Fall, Alter. Ohne Spaß. Jetzt, du musst dich natürlich noch wissen, wo du bist, ne? Du bist einfach in die Richtung wahrscheinlich weitergerannt, ne? Ich bin gerade am Fluss, ja? Oder nähe vom Fluss. Das ist ein Creeper, aber hier ist auch Eisen. Boah, Junge, Alter. Das ist echt krank, ne? Ich zitter so hart. Junge! Das ist echt... Das ist immer so unnormal. Jedes scheiß Mal, ne? Boah, Junge, Alter. Das ist echt krank, ne? Okay. Okay, Nick, ich komme ungefähr zu dir. Ich habe ein Steinschwert schonmal. Okay, ich habe nur Holz. Aber egal. Alter, komm meine Hand! Beruhig dich! Beruhig dich! Da unten war gerade noch irgendein Creeper. Du musst ein bisschen aufpassen. Ich brauche auf jeden Fall noch Holz. Weil dann kann ich mir eine Schwitzhacke bauen. Bis an einem Fluss? Ja, warte. Ich bin gerade halb in eine Höhle gegangen. Ich überlege gerade, ob ich nochmal hoch soll zum Spawn und gucken, ob da irgendwas lootbares ist. Du meinst, dass die Leute einfach schnell dahin gerusht sind und die Platz vergessen haben? Ja, oder dass da gar keiner hingegangen ist. Als ob. Irgendwelche Leute gehen da immer hin. Okay, wo bist du jetzt? Ja, warte. Ich bin an dem Fluss. Ich bin... Okay, ich gehe auch mal an den Fluss. Hier ist ein schwarzes Schaf. Okay, geh dem Fluss einfach mal weiter. Ähm, ich bin... Weiter zum Eisberg oder weiter in die andere Richtung? Zum Eisberg? Okay, warte mal, warte mal. Ich sehe keinen Eisberg. Ich sehe nur das Meer. Okay, ich sehe auch das Meer. Oh. Na, ich sehe dich. Ich bin hinter dir. Alles klar. Ich, äh... Ich hole mir kurz noch ein bisschen mehr Holz, ne? Weil dann kann ich das... Dann kann ich schon... Dann baue ich mir schon mal ein Eisenschwert gleich, okay? Okay. Mein Gott, Alter. Wie die uns ficken wollten. Das... Das ist Kohle. Also... Ich weiß, ein bisschen Kohle habe ich auch schon abgebaut. Ich geh mir die mal holen. Boah, Alter. Zum Glück sind wir einfach kompromisslos einfach weggerannt. Ey, hier ist jemand. Nick, hier ist jemand. Wo denn? Hast du ein Eisenschwert? Ne, ich hatte nur ein Steinschwert. Wo denn? Wo bist du denn genau? Ich weiß überhaupt nicht, wo du bist. Das sind... Das ist Playdown und so. Ich weiß überhaupt nicht, wo du bist. Ja, ich komm zu dir. Da bist du. Ich fahr da... Ich seh dich, ich seh dich. Lauf einfach weiter in die Richtung, wo du gerade hinläufst. Da, hinter... Hinter dem Berg ist Playdown. Hinter welchem? Hinter dem Berg da. Okay, hinter dem Berg, okay. Ich hole mir kurz das Eisen, okay? Jo. Welcher Eisen ist das? Äh, pass ein bisschen... Kannst du kurz auf das Skelett aufpassen. Da ist ein Creeper rechts und ein Skelett. Hehehe. Und bitte, ich will nicht nochmal ein Teammate haben, damit von einem Creeper sterbt. Please. Machst du ihn jetzt oder was machst du? Nö. Ich chill einfach. Oh fuck. Jonas, bau dir auch mal ein Steinschwert. Ja, ich baue... Wie viel Eisen ist das? Warte. Ich kann uns beide... Warte. Ich baue kurz einen Ofen. Hast du genug Stein? Ja, hab ich. Okay. Wie viel Eisen war das? Wie viel Eisen war das? Wenn ja, können wir nochmal Playdown ficken. Vier. Ja, ich brate grad vier Eisen. Ja. Blöd. Ist das blöd? Das blöd. Okay, wir müssen noch ein bisschen aufpassen, ob die Skelette das oder ob die... Nehmen wir das mal raus, ne? Sofort. Hast du noch Sticks? Ähm, ja. Eins die brauchst du ja nur, ne? Ja. Ähm. Perlams gibts auch nann mal hier zur Hilfe. So, danke. Äh, lass dich ficken gehen. Ja, ja, ich baue... Fuck. Hattem? Ich habe minimiert... äh, nicht minimiert, ich hab einfach... ...mein Dings ausgemacht. Ooh euiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiD Ich weiß Das müssen wir machen Ich weiß, das müssen wir machen, wirklich Hast du ein Eisenschwert? Ja, ich hab ein Eisenschwert, ich baue nur kurz noch den Dings her ab Ja, ist egal, lass liegen, komm, schnell, 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 schnell Die Hunter machen sich auf den Weg Wir müssen aber gucken, dass wir gleich in die Höhle sofort kommen Weil wenn es Nacht wird, habe ich keinen Bock hier Auf einmal so einen Creeper nehmen zu haben Hier auf der anderen Seite waren die Okay Bist du hin? Da unten Hier im Wasser Das ist Kohle Ein bisschen Kohle abbauen Wo ist sie hin? Hm? Nick, ich sehe sie noch Wo bist du denn? Wo bist du hin? Hier, 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 einfach durch, einfach weiter Einfach weiter, hier, hier, hier Ah, ich seh dich, ich seh dich Hier sind die gerade unter, da unten Siehst du dich? Ja, ich seh sie, ich seh sie, ich seh sie Wir sollten vielleicht sneaken Und wie kommen wir da runter? Hier ist ein Gang runter Hier ist direkt ein Gang runter Okay Bruder, pass auf, da kommt ein Mini-Zombie an Der springt runter zu denen, oder? Nee, der kommt durch Scheiße, Jonas Komm, lass runter Komm, komm zusammen Die sneaken Sollen wir? Ja, go, go Okay, okay, gehen wir Ich gehe auf den anderen Der andere ist Ja, Mann! Die hatten schon Goldapfel Nee, du kriegst einen Goldapfel und dann kriegst du Regeneration Ja, Mann, Nick, Alter Nein So, jetzt, jetzt sneaken und vercampen Sneaken und vercampen Sneaken und vercampen Ist so Alter Wir haben jetzt safe Wir können bis Folge 14 aufnehmen Ich weiß Okay, lass einfach hier drin bleiben Alter, das ist echt die perfekte Voraussetzung Muss man einfach mal so sagen, ne? Lass einfach hier drin bleiben Alter, Nick, ich liebe dich Ich liebe dich dafür, dass du Eisen gefunden hast Ich weiß Mein Gott, Alter Alter Alter, nein, das ist mir so schnell Eisen gefunden Das war echt episch Besser hätte es echt nicht hinkommen Sollen wir in unser alte Hügel oder sollen wir hierbleiben? Nee, lass dich hierbleiben Ist ja egal Also, ich, ganz ehrlich Wir können chillen Also, wir können uns erstmal gut ausrüsten Bis wir Alter, ich zittere so, ne? Oh, ja, ich auch Ich finde, dass ich mein erstes Ach, du das Schwert gemacht hab, das erste, ne? Oh, da hättest du nicht ganz einfach Ich hab das nicht mehr geschafft Warte, ich baue uns da hinten runter Junge, Junge, Junge Wenn ich meine Maus was hab Alter, da hinten geht es so weiter runter Ja, ich habe Okay, wir brauchen jetzt müssen wir als nächstes hier unbedingt wieder ein bisschen mehr Eisen finden Und dann, äh, Diamanten Und als Verzauberungs-Switchen bauen Okay Lass, lass hier einfach runter Aber wie nah ist das aber grad einfach? Ohne Spaß Boah, meine Stimme zittert sogar mit, ey Wir haben den Admin aus dem Game-Rasker Und, gg Das wollte ich auch letztes Mal mit Vielleicht wird das Server geschlossen Das wollte ich auch letztes Mal eigentlich mit Tod von oben machen Wir wollten ja eigentlich sofort Ey, das war Dennis, ne? Der auch die ganze Zeit das alles geregelt hat, ne? Ja Ja Ich wollte ja eigentlich letztes Mal Wollte ich auch sofort Schicki snipen Aber das hat nicht funktioniert Boah, Alter, ohne Scheiße Ich zittere so Ja, die Tod Jonas, sollten wir vielleicht den Eingang ein bisschen weiter so machen Dass das nicht sofort beleuchtet ist Ja Nimm das weg Nimm das alles weg, was da ist Wir bleiben noch 5 Minuten Alles klar Aber nehmen wir gleich die nächste Folge mit hier auch, oder? Oh, weiß ich nicht Wieso haben die Wolle eigentlich überall hingebaut? Oder haben die das schreckhaft gemacht? Aber die Kann sein, dass die das schreckhaft gemacht hat Allein, die müssen's ja nicht Die haben's ja wirklich, äh Warte mal Die müssen's ja, äh Ich muss mal überlegen, wie ist das, äh Wir haben uns nicht gesehen Ja, vor allem, du hast ja den Zombie oben getötet, ne? Das haben sie ja nicht gehört anscheinend, ne? Ne, ich hab mein Game Sound auch so leise Fuck Äh, scheiße Alles klar Eigentlich hätten wir grad noch ein bisschen mehr ficken können Ja, aber komm Es reicht, es reicht doch vollkommen Ja, jetzt können wir erstmal Äh Ich baue hier kurz Ich baue hier kurz Ich warte hier gerade Ein normaler Stein und baue Das dann hier mit dem Zug Hast du ne Workbench? Ja, hab ich Geh mal kurz da runter davon Ich will grad was bauen Kannst du mir die Workbench geben? Das wär nice Ich hab zwei Ich hab die von denen abgebaut Da liegt die Danke Danke Oh Gott ey Ohne Scheiß, am Anfang dachte ich nur, ne? Du gehst drauf Ganz ehrlich Ich dachte es wirklich Weil Ich glaub hätten die dich auch Wurde sie auch vom Server gekickt? Ja, ich bin vom Server gekickt Äh, Internet Okay Ja, aber Weiß ich Was? Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remote Host geschlossen Ja Ja, Server geht schlafen Steht bei mir Admins sind geraged und so Weißt du Aber wir hatten noch ein paar Ich glaub Keine Ahnung Also ich hab ein bisschen zu früh angefangen mit der Aufnahme Deswegen Weiß ich jetzt grad nicht Können wir nochmal rauf? Lassen wir mal rauf, turnen Nee Wir können nicht connecten Okay Meinst du Server ist noch mehr? Ja Oder Wir sagen jetzt auch, das war die erste Folge, ne? Ja, das war die erste Folge Okay Danke, dass ihr eingeschaltet habt Ich mein Besser Kann man ja nicht anfangen Jungs, ich hab ja noch den Miro 2 Server Ne, der kann man rauf Da sind 0 von 4 Leute drin Das ist von irgendwelchen Randoms Okay Na gut Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss